Hallo Freunde und herzlich willkommen zu den Neuigkeiten und Angeboten von PemperChef im Monat Mai. Es ist alles so ein bisschen abgezielt auf das Backen und wir haben wieder ganz tolle Produkte ins Angebot bekommen. Und anfangen möchte ich mit unseren Handschuhen, unsere Ofenhandschuhe. Hitzebeständig, hochhitzebeständig vom Backofen auf die Arbeitsfläche zu tragen, überhaupt kein Problem. Ich sage immer, sie halten 300 Meter. 300 Meter deswegen, wir haben auf einer Kochshow einen Backofen gehabt, der war kaputt und wir mussten bei der Oma backen. Und der Backofen war 300 Meter entfernt. Und ich hatte den kleinen Zaubermeister in der Hand und nach 300 Metern war ich froh, den abstellen zu können. Da kommen die dann wirklich an ihre Grenzen. Ansonsten, ihr könnt es jede Temperatur damit anfassen, jeden Topf, jeden Stein. Die sind wirklich klasse. Sie sind von innen gefüttert und sie sind auch waschbar. Bis 30 Grad. Ja, stimmt das? Ja, ich glaube 30 Grad. Das reicht auch, wenn man sie überhaupt wascht. Sie sind von der Form her etwas größer gehalten, aber man kann trotzdem alles gut anfassen. Diese Handschuhe im Mai statt 44,90 nur 37 Euro. Ein Paar 37 Euro. Gut, was haben wir noch? Unseren Teigmischer. Teigmischer und Spender. Habe ich hier aus dem anderen gebaut. Den zeige ich euch mal so. Eine ganz tolle Geschichte. Ich nutze ihn sehr gerne für Pfannkuchen. Pfannkuchen, dass ich immer dieselbe Menge habe. Wir haben hier hinten drei verschiedene Größen zum Einstellen. Und da kommt immer die gleiche Menge raus. Unten ist ein kleines Membran. Ich zeige euch das mal. Hier. Also es gehen auch so kleine Stücke durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rührkuchen habe mit kleinen Schokoladenstückchen. Die drückt er schon durch. Und man kann den Teig direkt hier drin mischen. Wie unser Sahnequick. So ist das gearbeitet. Und hinterher den als Verschluss oder als Fuß benutzen. Dann läuft nichts aus. Ist sowieso geschützt durch das Membran. Und jetzt bauen wir ihn mal auseinander. Dass ich euch das zeigen kann. Hier oben einfach auseinander drehen. Dann haben wir hier unseren Stößel. Und der passt dann hier rein. Zack. Verschließen. Und jetzt kann ich halt. So. Und jetzt kann ich immer dieselbe Menge damit dosieren. Also ein ganz ausgeklügeltes, tolles System. Finde ich richtig gut. Zum Reinigen, Auseinanderbauen ist eine ganz leichte Geschichte. Sollen wir es machen? Komm, wir bauen es schnell auseinander. Und der Zusammenbau genauso einfach. Hier durch. Unsere Platte rein. Die Feder. Die Unterlichtscheibe. Unsere Gummidichtung. Die passt denn hier rein. Dann drückt man das runter. Zack. Verschließen. Den Mischer aufgeschraubt. Und so ein Stößel drauf. Oder machen wir es mal ohne. Hier eingesetzt. Mischen. Einen Dreh. Und so können wir jetzt hier hinten die Einstellung nochmal. Bei drei. Bei zwei. Und für kleine Mengen. Bei eins. So wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und wirklich leicht auseinander und zusammenzubauen. Alle Spülmaschinen geeignet. Zack. In die Spülmaschine rein. Die kleinen Teile würde ich nicht mit reinziehen. Die findest du hinterher nicht wieder. Und ein Teigmischer und Spender, der wirklich Spaß macht. Also wir benutzen den sehr gerne, wie gesagt, für Pfannkuchen und alles, was so ein bisschen dosiert sein muss. Gut. Das war unser Teigmischer. Und der kostet im Mai statt 59,90 nur 55 Euro. 55 Euro unser Teigmischer. Was haben wir noch? Unsere Donutbackform. Die Donutbackform, da muss ich gleich wieder schmunzeln, weil das hat mir damals so gut gefallen. Ich habe das, die haben wir ja schon ein paar Jahre. Das ist Carbonstahl. Und wir brauchen hier kein Fett. Also die Antihaftbeschichtung dieser Form, alle Formen, die wir aus diesem Material haben, sind so geeignet, dass man nicht fetten muss. Mein Tipp ist immer, wenn ich den Kuchen für den Kindergarten um 9 Uhr brauche, dann nehme ich das Butterbrot, äh das Butterbrot, das Butterpapier und wische einmal raus. Da bin ich auf der ganz sicheren Seite. Aber wir haben es auf Herz und Nieren getestet. Man braucht wirklich kein Fett. Ich habe da so ein kleines Video mal zusammengeschnitten, das zeige ich euch jetzt. In dieser Donutbackform. Unser Mehl. Den Vanillezucker. Und das Backpulver. Das verrühren wir jetzt zu einem klubbenfreien Teig. Das Backpulver. So, ca. 20 Minuten soll das dauern. Wie gesagt, 20 Minuten. Ich freue mich schon. Unsere Apfelküche sind fertig. Ich zeige es euch mal. So schauen sie jetzt aus. Waren jetzt 22 Minuten im Backofen. So, so schauen sie jetzt aus. Zack. So, jetzt testen wir es. Hm. Mega. Wirklich gut. Und das Schöne daran ist jetzt, wenn man die in Fett rauspackt, wir kennen es alle vom Weihnachtsmarkt und wo es die überall gibt, die sind fettig wie verrückt. Die hier nicht. So, ihr habt es gesehen, das ist ein wirklich fettfreies Kochen. Also diese Apfelküche, ich finde die einfach mega klasse. Das machen wir auch ja meist immer in Wintermonaten beziehungsweise kurz vor Weihnachten, wenn die Weihnachtsmärkte sind und sowas. Da machen wir uns die hier daheim. Und die sind natürlich deutlich fettfreier als das, was man auf dem Markt bekommt. So, diese Backform kostet im Mai statt 26,50, 23 Euro. Natürlich ist das nicht nur für Apfelküche. Ich bin nicht der große Bäcker oder ja, die Backfeen unter euch, ihr wisst, dass man damit noch viel mehr machen kann. Diese klassischen Donuts, die werden ganz hervorragend. Gut, wie gesagt, 23 Euro im Mai. Und dann haben wir noch unsere Geschenke. Ab 99 Euro gibt es bei Pemperchef ja immer Geschenke. Und diesmal sind es zwei zur Wahl. Einmal unser Allzweckmesser. Für mich ist die ganze Messerserie was ganz Besonderes. Das sind keine Profimesser, aber es sind absolut geniale Einsteigermesser. Sie bleiben lange scharf, sie können geschliffen werden, sie liegen sehr gut in der Hand, sie sind nicht zu schwer zum Arbeiten. Ich mag diese Messer unheimlich gerne. Ich habe die damals, die wir bei Pemperchef haben, die richtigen Profimesser, die habe ich auch da. Aber da macht das Arbeiten keinen Spaß mit. Die sind mir einfach zu schwer. Ein Koch, ein Metzger. Die sind mit Sicherheit mit den anderen, mit den Profimessern mehr zufrieden, weil die das jeden Tag machen. Also ich sage, für unseren Hausgebrauch, für unser Hobbykochen, das sind diese Messer wirklich richtig, richtig prima. Scharf, mein Lieblingsmesser, nach dem Brotmesser ist das Kochmesser. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte die ganze Messerserie haben, der braucht dieses Messer zum Beispiel nicht kaufen. Weil das gibt es dann gratis dazu. Und man spart schon, ich glaube, 19,90 Euro kostet dieses Messer. Die sind dann schon mal gespart. Und natürlich unseren Schaber. Heute wieder der mittlere. Im Katalog steht er oder im Onlineshop steht er als kleiner Mix-and-Scraper. Diese Schaber sind wirklich ihr Geld wert. Ihr Geld wert, diesmal gibt es ihn sogar geschenkt. Wie gesagt, ab 99 Euro. Diese Schaber kann man nie genug haben. In die Schublade greifen, reingreifen in die Schublade. Und es muss immer ein Schaber dabei sein. Wir haben drei verschiedene Größen. Denen gibt es diesmal geschenkt. Gut, jetzt habe ich aber noch was für euch. Und zwar eine Vorabgeschichte. Und zwar gibt es ab dem 1. Mai diese Siebe. Und ich habe die Siebe auf Herz und Nieren getestet. Die sind wirklich, wirklich klasse. Wir haben diese Siebe aber nicht so viel auf Lager. Das heißt, wer diese Siebe oder wer sich dafür interessiert, die Siebe kosten 89 Euro, alle beide, der sollte schnell sein. Ich habe in meinem VIP-Club, bei meinen Bestandskunden, habe ich eine Vorabfrage schon gestartet. Und wer diese Siebe möchte, der soll sich ruckzuck bei mir melden. Und noch in der Nacht zum 1. Mai, da geht diese Sammelbestellung raus oder die Bestellung, die ich bekommen habe, dass wir auch jeder unsere Siebe noch bekommen. Nicht, dass die vergriffen sind. Und ich rechne damit, dass die bald ausverkauft sein werden oder ruckzuck ausverkauft sein werden. Diese Siebe sind richtig, richtig klasse. Sie passen in unsere Edelstahlschüsseln. Und das ist jetzt nicht so ein windiges Zeug. Also das ist wirklich richtiges, stabiles Edelstahl. Oben mit einem Kunststoffrand, dass man sich nicht verletzt. Keine scharfen Kanten dran, tolle Griffe dran. Unten ein Kunststoffring, dass man sich nichts verkratzt in der Spüle oder auf der Arbeitsplatte. Für mich ein tolles Sieb, ein richtig geniales Sieb, hochwertig und kein so ein windiges Ding. Ich finde die richtig, richtig klasse. Meldet euch bei mir, wenn ihr da Interesse dran habt, dass wir da noch rechtzeitig die Bestellung auslösen können. Oder geht es rechtzeitig in den Shop. Die sind ab dem 1. Mai erhältlich. Wie gesagt, 89 Euro. Ganz tolle, perfekte, stabile Siebe. Ein Sieb fürs Leben. Gut, das waren unsere Angebote und Neuigkeiten von Pepper Chef für Monat Mai. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich konnte euch diese Produkte so ein bisschen nahe bringen oder näher bringen. Und ihr habt Interesse. Geht es in meinen Shop oder meldet es euch bei uns oder bei mir. Und wir sprechen über eure Bestellung. Und ich gebe die dann ab. Bei Einzelbestellung immer 5,90 Euro Versandkosten. Ab 150 Euro ist Versandkosten frei. Wer in meiner Nähe wohnt, der kann sich auch melden. Gerade bei der Sammelbestellung für unsere tollen Siebe. Dann kann er sich die Siebe hier abholen. Und es ist Versandkosten frei. So, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.